Jason Bix Urlaub mit Familie in Deutschland Sie zeigt ihm ihre frühere Wahlheimat. Zehn Monate nach der Geburt ihres zweiten Kindes wagen Jason Bix, 40, und Jenny Mollen, 39, mit ihren beiden Jungs den ersten großen Urlaub zu viert. Der Amerikan B-Star und seine Ehefrau haben sich ein für Hollywood-Größen nicht ganz alltägliches Reiseziel ausgesucht, Deutschland und das nicht ohne Grund. Hat nach ihrem Studium hierzulande gelebt und beherrscht die Sprache fließend. Nun macht die Familie seit Mitte Juli von Nord bis Süd so manche Region unsicher. Berlin, München, Ferchensee, Schloss Elmau, Eipsi und Garmisch-Partenkirchen. Auf ihren beiden Instagram-Akku und Zlassen Jason und Jenny ihre Fans an ihren Städte- und Naturtrips teilhaben und die Reise ist bisher voller Highlights. Neben Land und Leute dürfte dem 40-Jährigen vor allem das üppige Essen in Erinnerung bleiben, während sich seine Liebste im Tierntil zeigt. Ihr jüngster Sohn erobert Deutschland sogar zu Fuß, denn das Baby machte seine ersten Schritte in der Hauptstadt. Jenny kann mit dem wochenlangen Ausflug ihre Sehnsüchte stillen. Im Orwellie-Festüle-Interview hat sie vor einigen Jahren geschwärmt, mein Geheimtraum ist es, mit meiner Familie in Deutschland zu leben. Wann die Bix zurückfliegen, ist im Übrigen nicht klar. Wann die Bix zurückfliegen. Bis zum nächsten Mal.